Moin Pyros, wir haben mal wieder ein neues Produkt für euch am Start und zwar die Glanzpunkte. Das sind kleine Vulkane, wenn ich alles täusche von Pyro Art. Ja genau, und zwar haben wir in diesen kleinen Teilen satte 12 Gramm. Das sind schöne Silberstern-Vulkane, für die kleine Größe eine riesen Ausbreitung. Also ich war richtig erstaunt von den kleinen Biestern hier. Und ja, groß zu erzählen gibt es dir jetzt nichts mehr. Schwenkt einfach zum Video. So, jetzt zum Test die Glanzpunkte. Dann schauen wir mal. Für die kleinen Dinger kommt jetzt sehr viel raus. So, und was so schön war, gleich noch ein hinterher. Mal schauen, ob ich die Größen noch ein bisschen besser rein kriege für euch, damit die noch... Schaut echt krass, also für die Dinger. Wirklich sehr schön. Kann man auf jeden Fall machen. Dann würden wir sagen, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie die Vulkane fandet. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Video.